Fantasy-Zeit auf Anixe. Während Prinzessin Fantagiro mit Romualdo überglücklich ihre Hochzeit plant, entführt die schwarze Hexe ihren geliebten Vater. Es ist ekelerregend. Obwohl Fantagiro versprochen hat, nie wieder ein Schwert zu führen, eilt sie ihrem Vater zu Hilfe. Ich muss fort, das wisst ihr genauso gut wie ich. Doch diesmal hast du nicht einmal eine Waffe. Ich habe nie versprochen, den Rest meines Lebens in diesem Schloss zu verbringen. Die Schilder. Wir wollen verhandeln, nicht fänden. Prinzessin Fantagiro Teil 3 Am Freitag um 21.15 Uhr auf Anixe.